jetzt eine ganz besondere neuheit für euch im test die funke honey badger richtig richtig heftige teile ich habe sie vorhin schon getestet ihr werdet begeistert sein von diesen teilen ich kann es euch sagen ich teste jetzt hier alle fünf also die komplette packung alter schepp und die wirklich unfassbar geile neuheit und jetzt gleich mal zwei stück zusammen und jetzt der leute wahnsinn und